Hey Leute, ihr seht schon, wir haben hier mal was aufgebaut. Wir haben heute ein Experiment vor. Das sind vier Monitore, vier Bildwiederholraten, 60, 144, 165 und 360 Hertz. Und wir versuchen heute die Frage zu beantworten, kann man wirklich diese Unterschiede erkennen? 60 Hertz und 360 Hertz, okay, da glaube ich, das kriegen vielleicht noch einige hin. Aber 144 und 165, ich hole jetzt meine Kollegen her, die sollen hier ein bisschen Counter-Strike draufzocken und dann sollen die mir sagen, was die denken, welcher Monitor mit welcher Bildwiederholrate läuft. Und dann gucken wir mal, ob das wirklich so einfach zu erkennen ist. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Und wir holen jetzt mal den ersten Kollegen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, jetzt kannst du deinen Ranzig hier hinsetzen. Jetzt darfst du gucken. Wir haben auf diesen Vieren einmal 60, einmal 144, einmal 165 und einmal 360 Hertz. Und ich möchte jetzt, oh Gott, dass du die ausprobierst und dass du mir zuordnest, welcher Monitor welche Bildwiederholrate ist. Tob dich aus, ich ziehe mich zurück. Sag uns, was du denkst. Genau, ich glaube, das ist ein richtiger Ansatz. Die direkt mal so, direkt nebenan, also ne. Die Mäuse sind auch ziemlich gleich eingestellt. Die sind halt nicht genau die gleichen Mäuse, aber ich habe die Empfindlichkeit ziemlich gleich. Okay. Das ist echt schwer, ne. Zwei sind halt sehr nah beieinander. Das ist das Trickige, ne. 144 und 165. Warte mal, warte mal, warte mal. Uff, das ist auch wenig. Das ist wenig. Das ist schon mehr. Dann packe ich doch hier mal einfach das da hin. Das ist echt tricky, ey. Alter. Ne, warte mal, warte mal. Das ist falsch. Wäre halt richtig peinlich, wenn du dem 360er die 60 gibst, ne. Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe echt keine Ahnung. Das ist schon mal ein bisschen flüssiger. Das ist auch ein bisschen mehr. Was ist denn mit den beiden? Geh doch mal mit höher und niedriger einfach. Immer zwei im Vergleich. Na, warte mal, dann machen wir das doch so. Ich probiere es jetzt so. Das ist deine finale Antwort? Ich weiß, ich werde mich so blamieren, aber das ist okay. Ich bin alt. Guck mal, du siehst ja, da sind immer die Zettel drunter. Fangen wir doch mal an mit dem, wo du dachtest, der ist 60. Nimm mal einen Zettel und guck. Ah Gott, das wird peinlich. Oh, okay, okay. Okay, das war wahrscheinlich auch das Einfachste, oder? Okay, machen wir den nächsten auf. Okay, okay. 60, 60. Warte mal. 144. Scheiße. 165. Aber ich sage mal so, ist ja relativ nah dran. Okay. Sehr gut. Und natürlich, 144 ist falsch. Also, du hast die Top, also ganz unten und ganz oben im Spektrum, hast du unterscheiden können. Auch die hast du ganz gut unterscheiden können. Also, 360 und die hier im mittleren Bereich. Aber 144 und 165 ist halt auch nah an beieinander. 20, da ist schwierig, da einen Unterschied zu merken. So, das ist mein lieber Kollege, der Eugen von der Mac-Welt. Aber natürlich auch Gamer. Also, ich bin auf zwei Kaffee und vier Spezi. Ich sehe jeden einzelnen Frame. Ja, das will ich jetzt hoffen. Oh, okay. Mhm. Das ist... Ich bin fest davon ausgegangen, dass ich zumindest 60 erkenne. Und den Unterschied zwischen 60 und... 360. 144 zumindest. Meine erste Tendenz ist, dass der hier vielleicht 60 ist. Oder der hier. Ich glaube, das ist der 60er. Okay. Vier Tastaturen, vier Mäuse voll. Tot. Brain Overkill. Ja, der Unterschied zwischen 144 und 165 ist halt... Ja, der ist super marginal, ne? Ja, ne? Boah, der ist super flüssig. Ich glaube, das könnte der 360er sein. Ich glaube, das ist 144 und das 165. Final... Final Decision? Ich glaube, ja. Willst du das? Sollen wir das einloggen? Hier habe ich schon mal nicht recht. Eiii, der 360er falsch. 360 falsch. Na, klasse. Jawoll. Ja. 60 richtig getippt. Vergleicht doch jetzt nochmal und sag mir, wer ist der 360er? Schwierig. Ich glaube, das ist der 360er dann. Dann mach ich ihn auch. Der ist 30. Wir haben eine Falle. Nee, 30. 30. Okay, das ist 360, ja. 30 hätten wir auch mal machen können. Das wäre auch interessant gewesen. Ja, aber 30er kennt man. 30 und 60, da kennst du den Sprung. So, okay. Okay, ich sag mal, war okay. Eins von drei. Ich war, bei 60 war ich mir doch relativ zuversichtlich, darüber hinaus. Alles, was so über 120 geht, ist halt fürs Menschliche Auge schon superflüssig. Ja. Gut, danke dir. Wir holen jetzt mal den Michi rein und gucken mal, ob er den Rekord von Jeremy brechen kann. Jetzt kannst du abbringen. Tönt der eigentlich schon? Ja, wir filmen schon. Geht hier direkt los. Also, das ist der Michi. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Kollege. Michi, schön, dass du da bist. Hä, wo ist die 42? Die Antwort auf alle Fragen. Tja, die gab es leider nicht im Angebot. Du hast einen kleinen Vorteil, weil du weißt, dass dieser Monitor nicht... Das ist meine. Genau. Der dickste und fetteste natürlich. Genau. Der kann 165 maximal. So, jetzt sollst du ja raten, welcher Monitor läuft auf welcher Frequenz da. Jetzt ist klar, der 360er kann das nicht sein. Ich kann ihn aber auf 60 gestellt haben. Ich kann ihn auf 144 gestellt haben. Ich kann ihn auf 165 gestellt haben. Mhm. So. Kleinen Vorteil hast du. Mal gucken, ob du ihn nutzen kannst. Kannst du mal die FPS einblenden? Äh, nein. Äh, nein? Okay. Was mit dem? Den schießen wir gleich ab, wenn der kommt, oder? Ja, so, ich soll ja nicht spielen. So, genau. Ein bisschen Fokus hier, ne? Also, wenn nicht zum Spaß hier. Also, hier habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen ruckelt. Mhm. Oh, das ist sehr smooth. Und trotzdem kriegst du den Sinn. Du hast doch mal aufgeregt, dich zu bewegen. Jetzt schießt den doch mal ab, ey. So. Und jetzt, jetzt, sag mal hier. Wenn du bei einem sicher bist. Das ist mein 60er Kandidat. Mhm. 144 und 165, würde ich sagen, schwierig. Ist schwierig. Ist schwierig. Ja. Das ist recht flüssig. Das ist auch recht flüssig. Der kann keine 300. Das weiß ich ja. Du hast jetzt einen Vorteil, ne? Also müsste einer von den beiden da 300er sein. Wo steht denn die Modellnummer? Ja, nee, 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 nee. Ich habe schon geguckt, ob man irgendwas abkleben muss. Aber da, das verrät eigentlich nichts. Oh, sau schwierig. Die schnellen, die haben ja meist eine kleine Bilddiagonale. Jetzt müssen wir ja irgendwie natürlich sagen, das ist der. Den hast du bestimmt nicht nur 165. Ah, guck mal. Der Michi, der geht ja über die Meta-Ebene. Die Kleinen haben oft eine hohe Bildwiderhöhre. Also ich gebe ganz ehrlich zu, wenn das hier halbwegs stimmt, den konnte ich als 60 identifizieren. Bei den anderen drei, ich habe keine Ahnung. Okay, das heißt bei dem bist du jetzt eher danach gegangen, kleine Bildschirmdiagonale. Da sind die sehr hoch, oft die... Und da bin ich drauf gegangen, dass du ganz bestimmt die 165 eingestellt hast. Hast du gedacht, ich lasse deinen hier nicht auf Standard laufen, das wäre zu einfach? Obwohl man muss beim Chris über Dreiecken denken. Wahrscheinlich hat er die 165 eingeschaltet, wie ich ihn kennen. Jetzt erlässt du noch mal. Ach nee, komm, lass mal. Lass mal so. Du musst dir überlegen, ist das deine finale Entscheidung jetzt? Ja, das ist mal eine finale. Gut. Fast richtig. Zeig es mal da hinten in die. Guck mal da. Hier ist noch eine Kamera, mein Gott. Ja. Wusste ich gar nicht. Also fast richtig. Ja, hättest du mal getauscht. Du hattest getauscht und dann hast du... Ja, ja, ist okay. So, jetzt. Ha, 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 ha. Aber Leute, ich habe es nicht gesehen, kann ich euch echt sagen. So. Jetzt ist die Frage, habe ich deinen jetzt auf 60 gestellt? Schaut, Leute. Also tatsächlich, es gibt einen Unterschied zwischen 60 und mehr als 60. Aus meiner Sicht. Und du hast wirklich, du bist so ein Hinterlistiger. So ein Hinterlistiger, der hat das tatsächlich mit dem nativen Bildüberholrad, der hat das angelegt. Ja, ich war zu froh, das zu ändern. Danke, Michi. Ja, kein Ding. Und das war's. Ja, Leute, das war mal ein wirklich interessantes Experiment. Es ist ein bisschen so ausgegangen, wie ich es erwartet habe. Ich hätte schon damit gerechnet, dass die 60 Hertz doch relativ schnell erkannt werden. Haben letztendlich auch alle geschafft, die richtig zu identifizieren. Aber dann 144, 165 auseinanderzuhalten, super schwierig. Und selbst den 360er, den 360 Hertz Monitor unter den vier Monitoren zu identifizieren, war dann doch gar nicht so einfach. Also es scheint so, als würde es, je höher die Herzer geht, dann doch schwieriger, der Unterschiede auszumachen. Ihr könnt mir ja mal verraten, wie das bei euch ist. Was habt ihr für einen Monitor zu Hause? Mit was für einer Bildwiederholrate? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und generell, wie steht ihr zum Thema? Glaubt ihr, dass so was wie 300, es gibt ja auch 500 Hertz Monitore, glaubt ihr, das bringt wirklich was? Oder ist das am Ende doch irgendwie nur Marketing? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und wenn ihr zu Hause einen Monitor habt, der eine hohe Herzzahl schafft, dann braucht ihr natürlich auch einen Computer, der genügend FPS liefert, um den Monitor zu befeuern. Und da ist es wichtig, eine gute Kombi aus CPU und GPU zu haben, damit ihr da keinen Bottleneck habt, der eure Leistung einschränkt. Deshalb guckt mal das Video rein, das ich euch hier verlinkt habe. Da verrate ich euch die besten CPU-GPU-Kombis für jede Auflösung. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Macht's gut, bis dann.